Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge FallGuys. Bewertet gerne das Video und sonst viel Spaß. Oh Gott, aber keine Wippen. Ganz dünnes Eis, Riggi. Ja, ja, ich hab's gelesen, ich hab's aber ignoriert. Du bist ja ein Dreckliger. Ich bin ein richtig ekelhafter Dreckliger. Oh Gott. Obwohl, das ist vielleicht besser als die... Trink-Dinger, die Drehdinger. Da, da ist kapett. Vor mir ist kapett. Oha. Lass mich in Ruhe, ich mit Kronen haben. Lass mich ärztlich bedürfen. Huh. Nein, nein, nein. Einfach, ob ist dir das so schwer jetzt? Letzt mal bin ich hier easy peasy durch. Nein, 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 nein. Ich mach' den Kack auch noch zweimal. Ciao, Pippe. Uaah. Warum rollt ihr denn so langsam? Aua. Ich hab' auf dich gewartet. Au. Oh, da war ein Loch. Man sieht hier, wer so schlecht. Och, die haben mich da reingeschubst, die Dreckligen. Ah. Ne, durch. Alter, wenn ich hier mal ins Ziel komme, in der Runde. Sieht im Moment noch nicht so aus. Ne, ich glaube, das kann ich abhaken. Ich weiß nicht, wie ich mit meinem Motorrad diesen scheiß Sprung mache. Mit, äh, X. Ach so. Oh Gott, der Kreisel. Echt? Und Tony, wie geht ihr dazu? Jetzt hier und guckt uns beim Folgerspielen zu. Also, ihm scheint sehr langweilig zu sein. Zum Angriff. Was wird durch, bin ich da weiter zu machen. Warum sind die so schnell? Die schummeln. Summelbude. Aua, ja, schubst euch halt ein River. Guck mal, da ist ein halbes Bananenwasser. Ja. Die Tasse. Aua. Ja, ich fange auch hauptsächlich nur zu Hause. Also mit Seen ist ja eher nicht so. Und, ja. Und gehört zocken ist ja momentan nur. Hauptsächlich Rocket League. Oh ja, sonst geht's mir gut. Wieso? Außer, dass ich, ja. Außer, dass ich mir mal zur Arbeit gebe. Alter, war das knapp. Richtig kompetent durchgekommen. Aber er hat fast die Wand an. Easy. Wippen. Nee, keine Wippen. Oh, Sprungclub. Aber er konnte sich als Finale. Schade. Da kommt dann bestimmt entweder hier... Ja, das mit den Rollen. Das war lustig. Aber nichts hier mit Plattformen verschwinden. Das ist Kacke. Mag ich nicht. Wenn sie ja auch keinen zweiten Modus von reinmachen müssen, meiner Meinung nach. Aber das Rollfeld gibt's, glaube ich, auch als Finale, ne? Oh, jetzt schießen die ja auch mit Obst. Lass mich hochstuhuhen, aber nicht bei dem. Lass mich durch, ich bin der Weihnachtsmann. Aber Weihnachten ist doch vorbei. Egal, deswegen auch wieder weg. Gehen wir doch alle aus dem Weg, Alter. Alles einkalkuliert. Okay, jetzt wird er zu schnell zum Weglaufen. Easy. Keine Gegner, weißt du? Alles keine Gegner. Da kann man. Oh Gott, Wandsturm. Ah. Easy. Ach toll. Ja, ich stehe auch wieder an den unmöglichsten Punkten, ne? Ich sag, du fliebst raus. Sag ich auch. So easy. Sagst du. Ja, blockt euch halt wieder in den River. Geh dich hoch. Wieso zieht er sich hoch? Das ist bei mir irgendwie gerade ganz komisch festgehacken. Ja. Ja, oh Mann. Das weiß Kado schon. Was? Das morgen kein The Walking Dead ist. Ja. Nice, Kado. Ja, ja, das kann er. Oh, das war doof. Spring doch auf die Kiste. Jetzt dürfte ja kein Team-Spiel mehr kommen. Oh, ja, ja, ja. Das ist so anstrengend, dieses Spiel, ne? Genau, das meinte ich hier. Aber gut, hier ist es Rollbahn, nicht Rollfeld. Weil letztes Mal bin ich doch als Letzter rausgeflogen, ne? Ja. Der, da am Hintern. Der Kalimero für Arme. Kalimero für Arme? Der mit einer Eierschale auf dem Kopf. Sind sie nicht Kalimero? Nee, sagt mir nix. Ach, der. Ja, das sieht aus wie so ein pinker Puschelschwanz. Das Mammut ist auch cool, das Blaue. Mach Mut. Mach Mut. Ich hab echt Angst, Alter, dass das gleich wieder so schnell wird. Alter, verblüßt sie. Oh, was war das? Ja. Du hast mich ja auch gar nicht ausreden lassen. Ah, der Hammer, der kann einem gut helfen. Das schwingen Ding. Das schwingen Ding? Das schwingen Ding. Das wir dann kapett. Das schließt von Arbeit weg. Ja. Alter, was ist denn hier schon wieder? Der Film der Rangel, Alter. Black Friday, oder wat? Ja. Lass mich durch. Ich bin Weihnachtsmann. Da vorne so kaum ist. Da vorne so kaum ist. Wie läuft so da hinten? Hat ein Maul. Platz für den Weihnachtsmann. Alter. Du bist grad bei mir wieder zurückgeflogen. Ey. Ich bin durch. Ich auch. Deisha, Deisha. Ich bin über der zweiten Runde, Alter. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Ja, ich bin... Aber erst mal eine Runde kreiseln. Kriegt man ja irgendwann Drehwurm mit dem ganzen Kreiseln. So, pervertretende Runde. Du schaffst das. Du hast gleich in der vorderen Reihe. Überhaupt nicht unfair, dass ich in der letzten Reihe starte. Oh, hör doch mal auf mit Schubsen, ihr blöden Affen. Also, nicht, dass ich was gegen Affen hätte. Nichts effektives anscheinend. Oh! Oh. Hallo, Pippe. Hallo. Oh nein, ich hab den Sprung noch geschafft. Warum bin ich denn so blöd? Alter, ich werd hier nur geschubst, ne? Ich find das immer geil, wenn du gegen Leute entgegenläufst. Die schubsen dich immer in deine Richtung. Du schubs die Nieren deine. Ja. Aua. Ich wollte gar nicht. Ab durch die... Aua. Ja, ab durch die Aua. Ah. Jetzt außen landen. Nein. Aua. Aua. Für die Manödie. Aua. Hör auf mit Schubsen. Da steht alle im Weg. Blöder Werwolf. Das Cuphead. Und über durch. Ich noch nicht. Nein. Oh Mann. Nein, das hab ich nicht gesehen. Du sprichst aber auch immer genau dann, wenn's falsch ist. Es war nicht so geplant. Nee, kommst nicht durch. Nein. So wird zum Thema dritte Runde. Einmal, der Toni. Och, nee. Tschüss, Gerda. Wieso, ich bin die letzten zwei Mal durchgekommen. Nein, ich sage Tschüss, Gerda. Er hat Schüss, ne? Und es ist ein Goldener Ring. Meine. Tja, verkackt. So, der Koko. Hier ist woanders lang. Also, wie er der blöde Koko. Och, leck mich doch da, wo nie die Sonne scheint. Ganz ehrlich. Nee. Genau, zwei sind schon durch. Oh, ich habe den Kopf gestoßen. Kann ja nicht viel kaputt gehen. Kann, du warte doch, bis der oben ist. Da ist ein Goldener. Ja, jetzt hast du gekackt. Ja, wenn der sich da so dreht. Dann hat's auch geschafft. Der stand auch anders. Ja, genau. Und jetzt sponnt da hinter mir ein Goldener. Ey. Was habe ich denn für Pech jetzt hier? Ich sponnt nix bei mir. Guck mal, immer ist alles ganz weit weg. Mobbing-Spiel. Wer geht der scheiß Knopf schon wieder nicht? Lader-Controller. Ja, Xbox. Mann, du blöde Pommes. Hey. Nichts gegen Pommes. Das könnt ihr schon vergessen, dass ich euch hier eine Vorlage liefere. Lieber bleibe ich hier mitstehen. Das gibt's doch nicht. Das schafft ihr so nicht. Ich will noch 10, 100 Mal versuchen. 10, 100 Mal? Ja. Da, Kado, Kado. Der hat dich langgeschoben. Boah. Einer ist durch. Ey, das darf doch nicht wahr sein, Alter. Hey, Kado. Hey, Kado. Das kannst du abparken. Oh, es stürzt bald. Jetzt zeigt sie mir mal ein Fußballspiel. Nee, so wie ihr das letzte Mal. Was ist das? Das ist ein Trampolin. Ja, die wollen mich doch verarschen, Alter. Ich sage es nur, in welche Richtung schlägt das Ding. Und Handschuhe sind da auch noch. Ja, nice, oh, Schatz. Ja. Ja, der geht rein. Lol, hast du das gesehen? Was meinst du? Wieder eine, den das Katapult genutzt hat? Nee. Der hat sich dadurch nach vorne schlagen lassen und hat dadurch den Ball reingemacht. Echt? Ja, moin. Wie kann man denn so viel Pech haben? Ich zeig euch jetzt mal, wie Fußball gespielt wird. Ja, ich habe hier aber auch die Kack-Map. Warum def der denn nicht? Oh, ich def jetzt hier hinten. Ich stehe doch die ganze Zeit einer zum Deffen. Ja, sowohl zum Thema Deffen. Ja, guck mal, was machen die denn da? Ey, der fliegt in unterschiedliche Richtungen. Ich schätze mal, je nachdem, wie du fällst, ne? Genau, Toni, das ist mein Reden. Und ich darf jetzt, und der Ball blubb, drin. Ja, der kann aber kacke, so kann ich nicht fliegen. Und ich kann ja nicht fliegen, wie bei Rocket. Ja, 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 ja. Toni und Äste, diese Ausreden light. Ja, ja, das sind's, wenn wir die nicht mitspielen, weißt du? Dann auch Sprüche reißen. Ja. Und wieder ein Tor für Blau. Oh, ihr habt ja auch noch ein zweites gemacht. Ja, ja. Boah. Ihr habt noch ein Tor. Mensch, Kado, das lübbt ja. Oh, ihr habt ja auch noch ein Tor.